Arschloch Wer hat nen Teambash gemacht? Ich hab nen Teambash reingehauen mit zwei Smapper Headshots und nen anderen Headshots und was macht die Arschkampe? Nimmts nicht mal auf Aber wenn ich schlecht spiele wirds aufgenommen Alles klar Ähm Schau mal nach links Flo bitte Ich guck ob der da unten ist Ari guck mal hier ein bisschen So Da soll ich gucken Okay Jo War fail einer ist unten rechts Bei den Rebels Pass auf der kann unten durchschießen Wenn du da draufstehst der kann nicht durchschießen Oh nein Jo einer hat nur 104 wo du siehst Ach du siehst Auf Daunt hast du das jetzt echt nicht aufgenommen Mann Gearscht Ja dann musst du es nochmal machen Komm Nochmal Wie hoch ist die O3 kann er sich nochmal zwei Headshots mit der Smappe raushauen Ja dann machst du ja auch zwei Acker unten Sag mal wenn einer unten ist also Hier bei uns ist einer Einer ist unten Genau unter euch aber warte Der ist jetzt rechts von dir Sound wenn du so siehst vorne bei denen Also da wo man durch das Loch durchschießen kann So Kann ich den irgendwie jetzt holen oder Jetzt läuft er unten lang Richtung Bibliothek Kann ich den holen Bibliothek ist hier Ja Mehr kann ich nicht sehen Ich kann auch nicht zu Dinger sehen Ich verstehe kein Englisch Ich mag den täglichen kann Die Rückseite Bei den Ausgang Oh lol scheiße Oh man Wo war der Mein F� Eh der läuft gerade in deine Wolf Trap Ah Mist der kommt oben hoch Der kommt oben hoch Der kommt nach hinten Ja, der ist fast gerade in meine Wolf Trap gelaufen. Good Job, man. Das passiert mir immer in Battlefield 4. Ich renne immer in diese scheiß Gamehouse rein. Doch, ein bisschen nur. Also ich kann da schon so ein bisschen halt. Ich geh hoch. Einfach auf unten. Achtung, da können sein, dass da zwei kommen. Einer von rechts und einer von unten bei denen noch bei der Base. Ja, zwei unten. Oh, scheiße. Aua. Einer nicht. Vielleicht kann sein, dass da einer Backreef ist. 91 hat Blue Love noch. Hinter dir, hinter dir. Sound, hinter dir. Weiß nicht. Ist Blue Love noch am Leben? Ja, der ist, aber... Ja, ich guck hinter dir. Oh, hier liegt eine Wolf Trap. Nein. Ich bin da drauf, Scheiße. Oh. Wo bin ich da? Was, ich komm? Sound? Oder nein? Sound? War Blue Love nicht gestern der, wo du sagst, der hat an? 6-3, ich bin die an und ich bin alle 0-3 und 1-3. Und 1-3. So. Boom. So. Oben bist du? Rechts. Good job. Wo genau unten? Und der andere? Wo war der? Wo? Ah, hier. Keep it up. Awesome. 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 Okay. Wir können ja mal oben rushen, wenn wir wollen. Fuck. 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 Der kommt, 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 der kommt. Oh, drei leben noch. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nice. Chill, ich muss nachher. Links. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Aber es waren nur 3 Polis, da war wieder Poli gegen den Berg Marcel, du hast noch einen Teamash gemacht Ja, aber der Lack ist ja unser Vater Noch die Wolke hat kein Fairplay mehr, weil er kann ja auch noch 5-1 10 Minuten auf K Wo ist der? Wo ist der? Hey Ja man, nice mate Basta Spiel auf Zeit, Spiel auf Zeit, scheiß auf den Oh die kommt Und nur den A Ich bin ass, irgendwas stimmt nicht Ich bin ass, was der Lack ist